Und dann kannst du noch mal die Zeitung lesen. Was? So, und du hau jetzt mal ab jetzt hier. Was war eigentlich mit Wochengeschehen nachlesen? Lesen. Ich weiß gar nicht mehr, was bei was kommt. Wochengeschehen nachlesen. Lesen. Wettervorhersage wäre doch auch mal ganz interessant jetzt. Ja, jetzt geh aufs Klo. Schmeiß die Tussi jetzt hier raus. Die räumt auf. Nicht gut. Der macht das. Auch danke. Das ist sehr praktisch. Der muss auch. Ich gehe jetzt erst. Kannst du jetzt... Jetzt hat die mich hier rausgeschmissen? Was, jetzt warte ich wieder, bis er gehen kann? Kann jetzt Nikos auch mal bitte aufs Klo gehen? Das ist doch echt nicht wahr. Geh jetzt. Schmeiß ihn jetzt raus. Wie jetzt kommt der Nächste? Wie viele wollen hier noch aufs Klo gehen? Geh jetzt, Nikos. Ich sehe schon kommen... Gleich kommt die Nächste hier reingeflatscht. Okay, die räumt auch auf. Finde ich gut. Das kann doch nicht wahr sein. Echt nicht. Keiner macht hier irgendwas. Und... Ja gut, sie macht jetzt ein bisschen... Lady Red hat aber auch einen Angesmengen gemacht. Wo ist denn die eigentlich schläft? Könnte sich dann auch mal waschen. Ich glaube, die schläft bestimmt auch noch ganz schön. Oder hat die sich schläft gewaschen? Oh, jetzt schauen wir erstmal. Das ist doch unglaublich. So, hau dir das mal jetzt rein. So, und jetzt holen wir die Zeitung raus. Was ist hier eigentlich? Habe ich das schon mit diesen... Nie mehr Rechnungen gemacht eigentlich? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das schon mehr hätte zahlen können. Habe ich nicht gekauft. Aber irgendwie kriegen wir doch keine Rechnungen mehr. Oder? Oder habe ich die schon mal... Das ist jetzt letztens mal gezahlt, vor drei Tagen. Ist ja komisch. Wer spielt? Er. Na, ist doch schön. Das ist wirklich schöner. Ja, ihr wollt alle Fernsehen gucken. Vielleicht sollte ich das mir auch jetzt noch mal hier an dem Sonntag vornehmen. Aber... Ich weiß ja nicht. Ich will nicht, dass ich sterbe und ich mit mir einen Verrückten übernehmen muss. Aber wahrscheinlich würde ich euch dann fragen, wen ich übernehmen soll. Ich weiß gar nicht überhaupt, was die alle für Lebensträume haben. Oh Gott, Rockstar. Mode-Phänomenen. Ja, Schauspielstar. Im Geldschwimmen. Meisterin der Künste. Ja gut. Die Tierretterin. Der Bastler. Warum hat sie eigentlich nicht die Tierretterin? Hm. Interessant. Der Bastler. Ach so, was steht alles in der Zeitung? Äh, was haben wir hier? Amateur-Olympiade. Das Stadion-Komitee hat alle Sims aufgefordert, an der Amateur-Olympiade teilzunehmen. Neben der sportlichen Bestätigung... Das haben wir jetzt erst mal gar nicht gelesen mit den Wochen-Dings, ne? Neben der sportlichen Bestätigung winkt die einstattlicher Geldpreis. Samstag von 8 bis 17 Uhr. Ja, erst den nächsten wahrscheinlich dann, ne? Esswettbewerb. Der Gastronomie-Club veranstaltet im lokalen Restaurant ein Esswettbewerb. Alle sind herzlich eingeladen, ihre Magenkapazität gegen die der besten Esser der Stadt auf die Probe zu stellen. Dem Gewinner winkt ein stattlicher Geldpreis. Mittwoch. Wir sollten jetzt jeden Tag Zeitungen lesen, damit wir das nochmal auf dem Schirm hier behalten. Da sollten wir hin, weil da gibt es einen Geldpreis. Und nicht nur einen Geldpreis, sondern es gibt was zu futtern. Das ist beides sehr gut. Okay. Und hier winkt auch ein Geldpreis. Da könnten wir ja eigentlich mal am Samstag, da könnten wir ja eigentlich theoretisch Lady Red hinschicken. Die hat jetzt schon fünf Sportpunkte. Ich glaube, das ist von allen das meiste. Ich habe noch gar keinen. Ja, ich würde sagen, da schickt man die, die geht die an der Olympiade, macht die mit. Das finde ich eine super Idee. Müssen wir uns nur merken. So, Bessie hinterlässt Vermächtnis der Liebe. Nach einem langen und erfüllten Leben ist Bessie Klavel. Ich weiß, was ich, wer das sein soll. Gestern friedlich für immer eingeschlummert. Okay. Haben wir noch nie irgendwie Klavel. Habe ich noch nie gehört von der Familie. Okay. Aaron, Aaron, hinterlass von der Mächtnis der Liebe. Aaron Kennedy. Okay, wir haben hier sogar die Familie Kennedy lieben in unserer Stadt. Die sterben alle nur. Ich habe noch, wir haben nur, wir haben noch keine einzige Geburt, eine Hochzeit, okay, haben wir gehabt. Aber noch keine Geburten, alle sterben nur uns weg. Interessant. Aida. Ja, irgend so ein Pferd, was man sich interessiert. Ja, die nächste Zeit war endlich fertig. Das finde ich eine gute Idee. Das ist doch diese magnetische Anziehungskraft, ne? Warum ist er so verschmiert? Ich glaube, da war die Böse. Die Lampe hängt da. Genau, die ist jetzt mal durch. Steht noch irgendwas in der Zeitung? Promi-Hausport heute Abend? Ja, die Schinderei. Ist ja das Einzige, was es gibt. Lokale Bauern feiern guten Boden. Gestern trafen sich Wissenschaftler in der Stadt, um gute Bodenqualität der Gegend zu feiern. Gartendiebhaber finden bei uns die allerbeste Bodenqualität und das ganz ohne stinkenden Dünger. Bei uns kann man noch Tomaten ernten, ohne die Nase zu rümpfen. So Bodenspezialist Peter Jauch. Jauche. Ja, heute, sondern minus sieben. Okay, morgen wird es etwas wärmer, finde ich gut. Und dann wird es irgendwie scheiße kalt. Ja. Okay, hast du das gemacht? Das finde ich schön. Dann kannst du das wieder weglegen. Da hin. Kann man es auch hier hinlegen? Nein. Liegt da hin. So. Ja, dann komm, ey, jetzt. Oh, ich will nicht. Zur Sicherheit, so und zu einem eigenen Glück. Warum raucht der eigentlich gar nicht? Wenn wir ihn wahrscheinlich ausgemacht haben. Werde ich trotzdem einmal kurz abspeichern, aber dann werden wir ihn echt trotzdem reparieren. Ich meine, ich kann eh nicht zurücksetzen, aber einfach so, weil man immer abspeichert vor solchen schlimmen Sachen. Und meistens war es umsonst. Und so denke ich jetzt auch einfach. Okay, dann bis gleich. Okay. Gut, dass ich auch gleich mal den Part beendet habe, kurz. Man weiß ja nie, wie lange das Speichern dauert. Und auch mal geguckt habe, wie groß der Part ist. Ich bin froh, dass ich gerade vorher noch meine externe ein bisschen aufgeräumt habe. Nicht nur, dass der Schnee echt nervig ist. Der Schnee haut, glaube ich, auch echt die Größe des Parts in die Höhe. Oder der Aufnahme jetzt. Weil normalerweise sind es eh schon echt heftig von den Aufnahmen her. Ich nehme ja trotzdem nur in 720 das Spiel auf, wie die anderen Spiele eigentlich auch. Und das Spiel nimmt auf jeden Fall mehr als ein Gigabyte in der Minute. Aber so in dem Dreh, so ungefähr etwas mehr als ein Gigabyte in der Minute. Also immer noch voll in Ordnung. Ja, und jetzt habe ich irgendwie 28 Minuten aufgenommen. Und das ist 45 Gigabyte. Okay, so, wir werden wahrscheinlich jetzt eh gleich sterben. Ja, ihr müsst euch gleich nicht mehr aufregen. Ich mache jetzt hierbei... Was hast du jetzt genommen? Das will ich jetzt nochmal wissen. Was hast du jetzt genommen? Du hast zwei Bücher in deinem Inventar und du nimmst dir doch wieder die Geschichte von Grand Rubino. Okay, dann lese sie halt. Aber dann lese sie auch zu Ende. Ja, hier, bei den schönen Klavierklängen. Bitte, lass uns nicht sterben. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich weiß nicht, machst du das da richtig? Machst du das da richtig? Ist das so gut, einfach mit so einem Schraubenzieher da rum zu pulen? Hast du den Strom wirklich ausgesteckt, Nikos? Okay, wir sind gleich durch, wir sind gleich durch. Bitte, lass uns einfach durchkommen. Wir haben doch jetzt auch schon Fähigkeiten Level 5. Das sollte doch taugen, auf jeden Fall. Wir haben es ja schon mal geschafft. Danke. Du bist schon wieder müde. Super, wir sind gerade mal sieben Stunden wach oder so. Ähm. Ja, betrachte mal irgendwas. Wir könnten mal... Der kann sich auch mal hinsetzen irgendwo. Gut, hier ist gerade ruhig alles. Dann mach doch mal... Wenn du jetzt da stehst, mach doch mal ein Nickerchen. Ja, ja, keine Katzen machen jetzt ein Nickerchen. Und du, zieh dir was an, sag mal. Nein. Schön. Läuft doch. Ist doch alles super. Frische Wäsche. Ja klar, hatten wir ja vorher gewaschen gehabt. Einen Tag vorher oder so. Schön schlitzig. Schön schlitzig. Wir wollten auch noch unbedingt einkaufen gehen. Fällt mir gerade ein. Läuft in einem Tag aus. Das heißt... Das ist morgen auch noch. Also am Montag. Oder heißt das, dass es... Sag mal, hast du es jetzt mal? Anscheinend nicht. Zieht sich 10.000 Mal um. Nur um zu... Sich übers Fenster aufzuregen. Wie lang... Wollen wir ein Tier adoptieren? Wie lang hat denn... Was ist denn berühmte Malerei? Gemälde liefern. Da muss ich auch ein Gemälde liefern. Das ist doch... Das ist doch die Tussi. Hier die Dingsbums ist das doch. Ja, die Vita da. Die kein Star mehr ist. Oh, die Schinderei. Da geht aber heute der... Die Action ab. Da könnten wir ja fast vorbeischauen. Wir müssen aber erst mal gucken. Hier frisch auf den Tisch. 24 Stunden geöffnet. Wir haben die Preise gesenkt. Es ist gut, dass es da auch dran steht. Das finde ich cool. Ja, dann machen wir das doch. Und dann gehen wir danach noch... 4 Uhr nachts. Dann gehen wir noch in die Schinderei und gucken mal, wen wir aufgreifen können. So in der Nacht vor unserer Arbeit. Dass endlich mal dieses lange Wochenende wieder vorbei ist. Scheint ein bisschen Bodenfrost zu geben. Minus 2 Grad. Texturen. Danke. Texturen. Danke. Das machen wir. Und wir überlegen mal, was wir kaufen. Okay, da sind immer noch Waffeln dran. Öffnen. Was macht sie jetzt gleich da? Du kannst mal die Wäsche. Genau, gute Idee. Da lag schon wieder irgendwie Zeug rum. Ah, sie hätten nur das. Ah, das Letzte. Okay, alles klar. Wir haben immer noch 10.000 Würstchen. Mehrere Tofus. Drei Tomaten. Mehrere Eier. Mehreren Salaten. Mehreren Käse. Und... Wie könnte... Wie kann man denn das nochmal... Man kann ja, glaube ich, die Rezepte dann sehen, ne? Im Laden, oder? Kann man da nicht nach Rezepten einkaufen oder so? Glaube ich. Also Tomaten. Tomaten bräuchten wir nochmal mal. Das ist doch nicht euer Ernst. Kann das sein, ne? Wir hatten, glaube ich, gar nicht den Fernseher repariert damals, oder? Wir hatten nur den repariert. Also Tomaten können wir nochmal kaufen. Und das andere taugt erstmal weiterhin so. Ich weiß auch gar nicht, was wir so für Waffeln und sowas brauchen. Können wir mal irgendwen angucken, der schon ganz gut kochen kann? Zwei. Eins. Eins. Er hat schon drei. Das gefällt mir gar nicht. Trotz allem. Er hat auch drei. Waffeln, ja. Was wir denn für was... Ja, Hotthogs, Tofu. Genau, Hotthog, Hotthog. Da, Waffeln. Ja, vielleicht dann sollte man nochmal ein paar Eier kaufen. Und das machen sie ja auch ständig, aber Käse haben wir noch genug. Können aber natürlich auch noch welche nehmen, dass wir dann zehn vielleicht überhaben. Weil jetzt ist ja gerade im Angebot, ist vielleicht besser. Ja, der Müsli, bestimmt. Äpfel, genau. Wir brauchen unbedingt Obst. Auch wegen hier Pfannkuchen. Zwiebeln. Sollten wir auch kaufen. Ja. Na, gucken wir mal noch, was dann in dem Laden steht noch für Sachen. Genau. Der liest immer noch gegen den Mann gelehnt. Also cool, ey. Genau. Ja, und dann, das reparieren wir jetzt einfach auch gleich noch. Noch spielt er, das heißt, es beruhigt mich. Ach, tut er das jetzt in, sag mal, Hugs oder wie. Das kriegen wir schon hin. Könnte man irgendwen überreden, das zu... Das fände ich übrigens ganz gut. Überreden zu reparieren. Nimm wieder deinen Superschraubenschlüssel und steck den wieder irgendwo rein. Genau, erst mal schön aufschrauben, das Ding. Siehst du schon den Fehler, ja? Vielleicht sollte man die auch erst machen, wenn sie nicht mehr rauchen, so wie jetzt wie beim Fernseher geschehen. Und jetzt so viele Funken, die da raus spritzen. Wir sind gleich durch, wir sind gleich durch. Das kriegen wir hin. Er hat aufgehört, aber wir sind durch. Alles super. Ja, also wenn ich den, äh, Rückenansicht sehen würde, dann würde ich, würde mir auch mein Herz aufgehen. Rose. Scarlet. Äh. Okay. Nikos hat da geschehen. 6. Nikos ist technisch nun so begabt, dass er praktisch jeden Gegenstand unzerstörbar machen kann. Davon mal abgesehen, dass wir ein Loser sind und dass ich immer Angst habe, dass wir sterben dabei. Aber sonst ist ja alles super. So, jetzt einkaufen, habe ich gesagt. Und danach wollen wir hier ein bisschen Mädels aufreißen. Ist das deine Winterkleidung eigentlich? Weil du solltest jetzt echt dich mal warm anziehen. Ich weiß nicht, ob das die Winterkleidung ist. Outfit wechseln. Outdoor, da. Zieh dich mal bitte an. Ich möchte nicht, dass dir irgendwie kalt ist. Ich glaube, das ist deine schicke Kleidung. So, genau. Sehr schön. Ja, und jetzt. Was? Warte mal kurz. Nein. Nein, bitte nicht. Einfach nur nein. Einfach nur nein. Wir haben die Preise gesenkt. Lebensmittel einkaufen. Und danach gehen wir halt in die Schinderei. Die, oh, hier, da ist die Gemälde. Dingsi bumsi. Aber das können wir ja eh nicht machen. So. Und was flirtet ihr jetzt da rum? Musst es sein? Musst es sein? Echt? Ihr beiden? Ja, geh einfach schlafen. Ja, genau, Scarlet, bitte. Nein, das darf ich doch nicht machen. Ja, gut. Nein, nicht schon wieder kochen. Nimm die. Ach, wir haben ja nichts mehr. Was kocht er jetzt? Oh, mit Wassermälen? Ach nee, es ist ein Salat. Ich dachte, es wäre Wassermälen. Er macht einen Herbstsalat. Ja, das ist, finde ich, eine gute Sache. Dazu muss er nicht kochen. Also nicht den Herd benutzen. Tomate. In den Wagen liegen. Wir hatten noch drei. Das heißt, wir nehmen mit sieben. Mal zehn. So, hier in den Wagen liegen. Da weiß ich gar nicht mehr. Nehmen wir auf jeden Fall fünf mit. Sardelle ist auch günstig. Nehmen wir mit. Fünf. Vielleicht kann man da irgendwas machen mit. Weintrauben. Fünf. Das wird eh teuer. Ich sehe das schon. Nehmen wir mal zehn. Ich kann von den Weintrauben auch eigentlich zehn mitnehmen. Kannst auch immer schön Pfannkuchen machen. So, Goldfisch. Nein. Goldfisch, was willst du daran essen? Katzenfisch. Naja, die können Sardellen essen. Ach komm, kriegen sie auch noch Katzenfische. Drei. Tofu haben wir genug. Käse nehmen wir noch mit trotzdem. Die machen ja ständig das Zeug. Auch das ist ja auch gebraten. Wir machen einfach mal zehn mit. Würstchen haben wir genug. Forelle. Kriegen sie eine. Knutschen da. Gurami. Da kriegen sie auch rein. Eier haben wir gesagt. Nehmen wir noch mit. Zehen. Zwiebel auf jeden Fall. Nehmen wir auch zehn mit. Karotte brauchen wir eigentlich nicht. Kartoffel. Thunfisch. Nub. Wassermelone. Dämonen. Alles sehr teuer. Kürbis. Allerdings. Zeit ist vorbei. Brauchen wir auch nicht. Lachs. Nein. Schwetsch. Nein. Paprika. Hummer. Nein. Geburtstag. Weiß ich nicht. Ob wir mal. Braten. Okay. Wäre natürlich eine Idee. Ob wir es mitnehmen. Weiß nicht. Ob wir es zubereiten können. Aber so. Weihnachtsbraten. Nimm mal mit. Vielleicht können wir ja damit irgendwas machen. Lass mal vor. Kerze. Schlimmer nicht. Das ist ganz schön teuer. Ich sollte eigentlich nichts mehr ausgeben. Ich sollte ein bisschen von Ninja-Sympfohlener Rauchbombe. Feuerwerk. Feuerwerk ist nicht gut bei unserem Haus. Weiß ich nicht. Von Eltern erlaubte Schlangen. Also der Wessel. Aha. Aha. Super Schaumbart. Auch teuer. Braucht kein Mensch. So. Dann lassen wir das. Ach so. Ich habe noch mal Rezepte. Genau. Haben wir jetzt noch. Salat haben wir auch mit. Ja genau. Pfannkuchen. Ah da ist Apfel. Aber ich glaube dann kann doch auch Weintrauben Pfannkuchen machen oder nicht. Da steht ja doch immer. Das war doch alles so. Macaroni. Ja klar. Da ist Käse. Geritta Käse ist Käse. Ist klar. Waffeln sind Eier. Zwiebel. Genau. Mehr haben wir eh nicht erstmal. Nö. So. Okay. Haben wir das gekauft. Und dann können wir das auch gleich schon mal hier reinpacken. Ach so. Falsch. Alles mal hier rein. Denn. Damit die hier nicht Geld ausgeben, während ich nicht da bin. hat sich doch dann gelohnt. Und ich glaube, wir gehen einfach nur noch einkaufen. Wenn das alles schön im Angebot ist. Ich weiß nicht, wie viel das im Angebot ist. Verstanden da. 35 Prozent. Naja. Ist auch nicht so viel. Aber besser als nichts. Könnten ja auch nur 25 Prozent sein. Das wird nicht mehr offen haben. Dieses Kommissionslager. Hat es noch offen? Hat es noch offen? Weil sonst könnten wir ja da mal was hinbringen. Aber es... Da kommt keiner an. Also scheint das zu zu sein. Dachte ich mir. Um halb zehn wäre mir so komisch. Aber wäre cool. So. Und jetzt gehen wir in den Hotspot. des Tages. Und können da hier mit der... Die Frau da vom... Meistervampir. Ein bisschen rummachen. Ach, wir sind ja da. Ich wollte eigentlich beim uns zu Hause gucken. Kurz mal. Texturen, Texturen, Texturen. Die will schlafen. Der genaue Stimme macht ja nur da. Warte lang. Es gibt keine Texturen. Aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt fängst du ja schneien an. Und meine... Meine... Dann wird meine Externe gleich wieder explodieren. So. Gut. Und der kommt jetzt hier am Hotspot der Nacht an. Wow. Und der... Der Taxifahrer trägt sogar eine Krawatte. Kennenlernen. Ui, hier geht's ab. Das Lokal des Abends auswendig gemacht. Ja, voll die coole Mucke. Was willst du, ein Objekt kaufen? Energiegeladenes Stroboskop? Hakt's oder was? Fünf Hotspots, ja. Wir lassen es mal drinnen, aber es sind immer nur der gleiche Hotspot. Außer ich baue hier irgendeine Disco noch hin oder irgendeine andere Kneipe. Könnte man natürlich mal machen. Oh nein. Meine liebste Freundin ist auch da, Katharina Landgraf. Ich lerne jetzt irgendwie irgendwen kennen. Hallo? Molly French. Die ist doch die... Da steht doch auch morgen in der Zeitung, dass die tot ist oder nicht. Aber ist doch nicht ganz süß mit dem Katzenpulli. Aisha Ansari. Muss neu zugezogen sein. Und auch mein anderer bester Freund. Der Bruder meiner... Dann ist denn meine Freundin auch hier. Irgendso ein Scheiß-Vampir. Ach, der Obervampir ist natürlich hier mit seiner Freundin. Frau da, die so eine tiefe Stimme hat. Und die... Ja, klar, die Zelda-Meh ist auch immer da. Aber wenn die Zelda-Meh da ist, dann ist doch auch immer hier der andere Furze da. Die hat doch eigentlich immer diesen Detlef im Beschlepptau. Komisch. Detlef und meine Freundin ist nicht da. Kann ich mal ganz kurz abstalken. Und einfach nur wissen... Hart. Ach, da ist wohnt die drin. Ihr Mann sieht auch ein bisschen vampirmäßig aus, glaube ich. So. Nee, Keaton. Keine Ahnung. Das ist doch nicht... Oder? Genau, das wollte ich einfach nur abchecken. Ich wollte einfach nur sehen, dass meine Freundin schon wieder mit ihrem Ex zu Hause hockt. Müsste ich eigentlich gleich mal anrufen. Müsste mal einladen, hier rüber zu kommen oder so. Obwohl, dann haben wir wieder... Wer steht denn da? Das ist doch auch so eine Wahnsinnige, wenn die... Mit einem Bikini... Also so eine... Ach, was bist du denn? Nichts bist du. Ein Star... Das muss so eine Bekloppte sein, wenn die sich auch so umgezogen hat. So, so. Ja, ansonsten haben wir... Also ganz viele Freunde habe ich hier. Und einen Barkeeper, dem ich gleich was vorheulen kann. Was hat denn der heute eigentlich an hier? Uh, was schaut der hier? Die Zelda Mee ganz genau mal von hinten an, ne? Sag mal, was hast denn du eigentlich alles für Tattoos? Was bist denn du für ein K.O.? Was hast denn du für eine Schminke im Gesicht? Sag mal, was ist denn los bei dir? Abraham Finkel. Mhm. Okay. Na gut, dann mal jetzt hier auf einen schönen Partyabend. Was? Die stellt sich jetzt erstmal auf den Tisch, oder was? Ich habe eine Blutie! Das ist doch nicht dein Ernst, Zelda Mee. Es ist... Detlef ist noch nicht mal da, der dich beobachten kann. Ach nee, oder bist du mit dem Peter Landgraf? Ich weiß gar nicht, mit wem du da... Du schläfst doch immer mit dem Detlef in einem Bett. Tänzer zusehen. Ach nee, ich lerne doch hier gerade jemanden kennen. Aber das muss ich mir gleich nochmal genauer anschauen hier. Das kann doch nicht die Ernst sein. Okay. Muss ich sie jetzt hier unbedingt kennenlernen? Nein, ich möchte jetzt meinem Tänzer hier zusehen. Wir könnten sie ja eigentlich mal anmachen hier, die Zelda Mee. Scheint ganz schön das Partygirl zu sein. Sieht schon witzig aus. Es war schön, dich kennenzulernen. Vielleicht sollten wir uns mal zu einer richtigen Verabredung treffen. Warum ist die uns so ähnlich? Vielleicht. Oder hatten wir mal mit der gechattet oder so? Okay. Das gefällt mir, was man sieht. Dann tanz doch mal mit ihr. Komm. Jetzt schau jetzt nicht mehr zu. Mach sie jetzt mal an und tanz mit ihr. Ich meine, sie gehört ja praktisch zur Familie. Warum geht's dem schlecht? Weil er müde ist. Ja, dann geh schlafen. Ja, jetzt steig mal vorunter vom Tisch hier, Zelda. Danke. Ja, geh durch den Tisch durch. Ist auch gut. Wo wannst du hin? Lach nicht über die. Ich lach auch gleich über dich. Lass sie da mit dem Badeanzug rumlaufen. Sie ist kein Star mehr. Es schadet ihr also nicht. Wow. Was ist denn hier da mit der... Die ist aber hier. Sie träumt von der Politik und kackt ganz schön ab. Da auch noch ganz welche. Fetzt rum. Warum gefällt das dem Obervampir wieder nicht? Hat hier irgendwer schlechtes Blut? Stinkende schlechtes Blut? Was liest du da? Am Abgrund. Okay. Mach Party-Mädchen her, hier. Yeah. Wir sind schon wieder müde. Können wir hier Nickerchen draufschieben? Ja, können wir. Gute Idee. Gute Sache. Können wir da bei dem was essen oder so eigentlich? Eine Runde ausgeben nach Harkts oder was? Einzelne. Wir haben ein Hunde. Das ist auch toll. Das könnten wir uns eigentlich mal gönnen. Nachdem wir immer alles machen. Okay. Oh. Jetzt wird aber der Beat hier. Kann man sich hier Musikwünsche eigentlich wünschen oder sowas? Tempo? Ach so, von den Dingern. Wo ist denn hier? Da sind die Boxen. Was haben wir denn hier? Bespringen. Wir springen vor. Okay. Ah ja. Okay. Sehr Diebe sind. Yeah, yeah. Oh, oh. Ihr passt auch super zusammen, die beiden Vampire. Und unten durch und nochmal. Yeah, yeah, yeah. Das muss ich mir von vorne mal anschauen. Oh, ich bin müde. Ja, wir machen gleich mal ein Niggerchen. Können wir hier, müssen wir erstmal die Musik dann dazu ausdrehen. Wie sie alle da grinsen in Sicht haben, wenn sie tanzen. Meine beste Freundin kommt wieder. Oh. Warum grinst ihr alle den Lautsprecher an? Ja, die Ebe. Das habe ich von oben gehört und dachte, ich komme gleich mal. Hier, Mrs. Alto. Ich wollte gerade Aldi sagen. Ja, oh, das gefällt mir. Yeah. Die kocht. Na toll. Dass die alle so grinsen. Zeig mir mal deine schönen Zähne. Dann zeig's mir eigentlich. Nikos, wie siehst du aus, wenn du grinst? Äh, traurig. Äh, die Zelda May. Wir sind fertig. Okay. Gut, äh, wir sind scheiße müde. Äh, sag mal, hakt's bei dir oder wie? Ekelhaftes Dreckschwein. Äh, 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 äh. Warte mal, ich möchte dich noch mal kurz... Hörst du jetzt mal auf, die fertig zu machen? Was bist du eigentlich für eine blöde Kuh? Doofe Nuss? Aber komm, ich möchte sie mal ganz kurz anflirten. Nee, geht aber nicht so. Dann muss ich erst begrüßen. Dazu habe ich keine Lust. Wir müssen mal irgendwie uns irgendwie mal wieder eine Energie holen, glaube ich. Oh Gott, das löst doch... Macht doch immer mal irgendwas, ne? Ich brauche eigentlich nur ein bisschen, äh, Profil Neon, Prise Neon, Leuchtklipper. Ich bräuchte mal Alien-Hirn. Ja, so ein Alien-Hirn wäre vielleicht nicht schlecht. Ich sollte einfach heimgehen, glaube ich. Naja, ist vielleicht besser. Und die geht auch heim. Die sieht interessanter aus, die Aisha Ansari. Ganz interessant. Also hier müssen wir mal wieder herkommen. Haben wir hier getanzt. Die träumt von... Die redet über Geld beim Tanzen. Ja, wir gehen jetzt heim. Ist besser. Bevor ich jetzt mir irgendwas hier in den Kopf kloppe und ich weiß nicht, was es ist. Ah, die Katharina. Geht aber auch ganz knapp. Mal zusammen nach Hause gehen. Hier, ey, sag mal. Hast du heute Nacht noch was vor hier? Hast du mal was? Oh, oh, hi, tschüss. Wie kommen wir denn da hochgerannt? Was ist denn das hier für ein... Was ist denn das hier? Hab ich das da hingebaut? Kann das sein? Das sieht irgendwie nicht so normal aus hier. Hab ich da die Schinderei hingestellt? Warum hat es die nicht einfach ein bisschen hochgezogen? So sieht es doch voll scheiße aus. Cool, ja, ich hab die Schinderei dahin gebaut, damit wir irgendeinen Partyort anscheinend haben. Geil.